So Leute, ja, ich habe heute also mein erstes Video und ich wollte euch was vorstellen und zwar, ja, das ist ein nice Ding. So, ab jetzt, gestern habe ich es bekommen, da, wann ist meine Kamera da, ja, gleich ist es das, oh, so bohrt, kann ich schon damit fahren, und dann mal kurz an. The Bluetooth device is ready to pair. Nice, das macht auch Bock. Müsste man sich kaufen, ich habe es bei Ebay gekauft, für 500 Euro, würde ich mit Bluetooth kaufen. Ja, nice ist das Hoverboot. Spaß. Oh, okay, jetzt höre ich rum. Warte, ich fahre mal kurz, sehr schnell, Leute. Es sah nicht so schnell aus. Oh, okay. ihr könnt auch bei ebay kaufen 239 gebrochen gold ich hatte nur ein paket verschenken und dann sind die schon leute wenn euch das video gefallen hat lasst einen daumen nach oben ja und wir sehen uns bis zum nächsten mal ja